Alles Lob und Ehre gebührt Allah subhanallah, den Herrn der Welten, der alles erschaffen hat. Er ist der Erhalter und der Bestimmer eines jeglichen Dinges. Nichts geschieht, ohne dass er nicht Kenntnis hat und ohne dass er es will. Ich bezeuge, es gibt keine Gottheit außer Allah und er ist der einzig Anbetungswürdige. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Letzte der Gesandten ist, die Arlenreihe der Gesandten geschickt hat. So, heute soll das Thema sein, Wahlanalyse. Es wurde ja Bundestagswahl gewählt. Und da so eine kleine Stellungnahme. Das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte von Deutschland, dass eine Partei zu den Bundeswahlen angetreten ist, die nicht nur was gegen Muslime hat, sondern auch sogar sich für die Rechte der Muslime einsetzen möchte. Das war die Partei von Team Totenhöfer. Von verschiedenen Seiten wurden Muslime daher aufgerufen, diese Partei zu wählen. Man sah darin eine Chance, dass Muslime endlich mal von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und somit den anderen Parteien, die über Jahrzehnte lang nur Hetze betrieben haben, gegen die islamischen Gebote ein Zeichen zu setzen, wir lassen uns jetzt nicht mehr alles gefallen. Zwar wurde die neu gegründete Partei von einigen Medien und Politikern schlecht geredet, das sollte jedoch für die Muslime kein Grund sein, auf die zu hören und nach ihren Empfehlungen zu gehen. Bei den Auszählen der Stimme fieberten Muslime, die die Partei gewählt haben, kräftig mit, denn sie glaubten, 5% müssten zu schaffen sein. Dann folgt aber die böse Überraschung, gerade mal 0,5% oder in Stimmen ausgedrückt, 200.000 festen Stimmen hat die Partei Team Totenhöfer erreicht. Was war der Grund für das schlechte Wahlergebnis, dass Muslime sich nicht so stark daran beteiligt haben? Wir haben etwa 5,3 Millionen Muslime in Deutschland. Davon haben etwa 2,6 Millionen Muslime den deutschen Pass, sind also wahlberechtigt. Wenn theoretisch alle Muslime gewählt hätten, diese Partei, dann wären sie leicht über 5% gekommen. Aber dem ist ja nicht so. Stattdessen hat ein Großteil der Muslime, die wählen gegangen sind, solche Parteien gewählt, die sich klar gegen muslimische Gebote, also Gebote in aller positioniert haben. Zum Beispiel, die sich aussprechen für Kopftuchverbot in Schulen und sonstiges. Und trotzdem wurden sie von Muslimen gewählt. Die Muslime in Deutschland, aber leider auch nicht nur in Deutschland, weltweit, sind keine geschlossene Umma, also keine geschlossene Gemeinschaft. Die Mehrheit der hier lebenden Muslimen fehlt jegliche Identität zu der Umma. Sie denken in erster Linie an sich und an ihre Familie. Wichtigste Ziele für sie sind dabei Arbeit, Wohnung, guter Lebensstandard. Für die Belange der Umma interessieren sie sich nicht, beziehungsweise sie kennen sie wahrscheinlich nicht einmal. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese Gruppe von Muslimen ihrer auferlegten Pflichten, nämlich das Streben nach Wissen, nicht nachkommen. Die meisten von ihnen verrichten nicht einmal ihre fünf täglichen Gebete. Nach ihrer Ansicht reicht es völlig, einfach ein guter Mensch zu sein und vielleicht noch das Freitagsgebet zu verrichten. Dass wir Muslime eigentlich die Umma von Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sind, ist viele schon gar nicht mehr bewusst. Sie kennen es gar nicht, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, beziehungsweise weil sie halt nicht gelernt haben, was Islam alles bedeutet. Viele Muslime sind heute nicht mehr bewusst, dass die Umma von Mohammed Regeln und Ziele hat. Die Erkenntnis, was es heißt, der Umma Mohammed anzugehören, fehlt vollkommen. Ein weiterer Punkt ist das Zusammenhalten, das Zusammenstehen, das Einander festhalten, welches ebenfalls verloren gegangen ist. Allah warnt uns im Koran, dass er, solange unsere Umma nicht beisteht, solange wir uns nicht ändern. Anders gesagt, solange wir uns von der Umma Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, entfernen, umso mehr sind wir auf uns alleine gestellt. Was andersrum wieder heißt, die Feinde des Islams haben es somit leichter, die Muslime anzugreifen, und zwar aus den allen Bereichen. Wir haben hier nun zwei schlimme Faktoren, die aufeinandertreffen. Zum einen fehlen uns der Zusammenhalt. Weil bei vielen eben das Bewusstsein bzw. die Erkenntnis fehlt von der Umma Mohammed. Und zum anderen haben wir natürlich die Feinde des Islams. Und so sollen wir jetzt halt unseren Islam leben, oder versuchen zu leben. Doch eines dürfen wir nicht vergessen. Den Islam an sich, also die Botschaft Allahs, können die Feinde Allahs nicht besiegen und können auch nichts daran ändern. Aber sie können die Muslime von Allahs Weg abbringen, was dazu führen kann, dass der ein oder andere Kafir wird. Wir Muslime haben diese Welt, wir Muslimen diese Wahl nicht genutzt, um Geschlossenheit zu zeigen. Jetzt mal außer Acht gelassen, dass es natürlich auch Muslime gibt, die die Wahl an sich als Haram ansehen. Aber zumindest die, die gewählt haben, die sich dafür ausgesprochen haben, sie haben keine Einheit gezeigt. Es war ein Zeichen, es war eine Chance, dass wir Muslime wieder ein Stück näher zusammenrücken können. Doch diese Wahl hat gezeigt, dass wir noch mehr gespalten sind und noch mehr getrennt sind als je zuvor. Die nächsten Jahrzehnte werden für uns Muslime zur harten Prüfung werden. Viele werden noch mehr alle den Rücken kehren. Aber nicht an sich, weil sie Allah leugnen, sondern einfach aufgrund ihrer Lebensweise sich von Allah entfernen, ohne dass ihnen so richtig bewusst ist, weil ihnen natürlich das Wissen um den Islam fehlt. Sie haben sich den nicht-islamischen Gewohnheiten voll hingegeben. Wenn sie dann von jemandem hören, dass man das so nicht machen darf, blicken sie einen verwundert an und stempeln ihn als Fundamentalisten oder als radikalen Muslim ab. Viele Muslime wissen nicht mehr oder ist ihnen wohl nicht mehr bewusst, dass dieses Leben doch nur aus Prüfungen besteht und dass diese Welt nur ein Teil der Versuchung ist und dass der Tod jegliche Sache beenden wird, egal wie viel oder wie tief sich der ein oder andere in die Sache hineinstürzen mag. Der Tod wird alles trennen. Das ist unsere Lage der Muslime. Möge alle uns Kraft und Geduld verleihen, dass wir standhaft bleiben, bis alle uns einen Ausweg gibt oder von diesem Leben abgeruft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das ist unsere Lage der Muslime.